Wir sind mittlerweile seit 2007 in Kremmen, haben uns hier einen Hof aufgebaut mit Sonderkulturen, Spargel, Heidelbeeren und haben eine Direktvermachtung aufgebaut und sind in der Entwicklung des Betriebes so weit, dass wir uns vielleicht sogar als Erlebnishof betiteln können. Wir finden uns hier in Kremmen sehr gut zurecht, wir fühlen uns hier sehr wohl, wir fühlen uns in Oberhafel sehr wohl. Ich bin außerdem auch Stadtverordneter in Kremmen und aus dem Grunde würde ich den Herrn Busse ungern ziehen lassen, aber so egoistisch darf man nicht sein. Ich habe den Sebastian Busse als sehr engagierten, zielstrebigen, lösungsorientierten Amtsträger in Kremmen kennengelernt und unterstütze deshalb auch seinen Wahlkampf als Landratskandidaten. Ich wünsche ihm dabei alles Gute und viel Erfolg und glaube, dass er dem Landkreis Oberhafel sehr gut tun würde in der weiteren Entwicklung und den ganzen Aufgaben, die vor uns stehen und denke, er ist der richtige Mann für diesen Posten.